so hochkontrolle durchgeführt schwerpunkt berechnung gemacht dokumente sind an bord anschlag wurde sind angelegt die avionik ist noch aus parkbremse ist gesetzt klappen schon mal auf startstellung hauptschalter ein sprit ist ausreichend da für den rundflug gemischregler auf vollreich brandhahn ist auf vergaservorwärmung ist aus zusatz pumpe maximal fünf sekunden laufen lassen mache ich sofort hier schon mal meinen zielflugplatz ein willemshaven direkt am jadebusen 15 meilen entfernt knapp und wir werden da lediglich sieben bis acht minuten hin brauchen antikollisionslicht ist schon an mit gashäbel einspritzen zweimal bei warmmotor kabinenhaube ist verriegelt propellerbereich ist frei da ist auch alles frei anlasser betätigen und den öldruck prüfen der öl kommt und die ganze rückwärts und raus ok und der kommt jetzt an und der kommt jetzt mal durch und der kommt jetzt mal durch gut und da kommt jetzt mal durch die die der die 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 UNTERTITELUNG Seit Peute leider nicht mehr. Dann muss man allerdings nicht mehr. So, wir stehen auf der Bisto 26. Wir werden das gleich schon machen, die letzten Shikes. Hier ist einmal die Drehzahl hochzufahren vom Motor und dabei die Frauen auf die Zylinder vernünftig arbeiten. Wir gehen auf der Drehzahl hochzufahren. Warte. Was ist das? Die sind jetzt und zwar in den 5.0. Die sind jetzt nur noch mal. Die sind ja da sind auch noch mal. Die ist da, die sind da, die sind da. Das war die da, die sind da. Das ist das schon mal. Was ist hier? Was ist hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020